Am 29. März 2017 hatte das Sima-Team vom französischen Access-Motor-Importeur die europäischen Importeure und die Fachpresse in die Bourgogne-Franche-Comté eingeladen und präsentierte die 2017er ATVs, Quads und Side-by-Sides des taiwanesischen Herstellers. Als einziges deutschsprachiges Fachmagazin hatte ATV und Quad die Gelegenheit genutzt, den neuen Modelljahrgang zu testen. Liebe Grüße hier aus Frankreich. Wir befinden uns hier bei der aktuellen Access-Motor-Präsentation des französischen Importeurs Sima. Wir sind auch hier eingeladen und ich möchte jetzt einmal die Situation und die Gelegenheit nutzen, um auch die neuesten Fahrzeuge und Entwicklungen der Marke Access-Motor zu präsentieren. Was wir hier sehen, sind die drei Top-Modelle. Amix 646, Amix 8.57. Das Besondere an diesen drei Fahrzeugen sieht man eigentlich hier schon ganz schön in gelb herausleuchten. Die letzten Monate wurde intensiv daran gearbeitet, die gesamten Fahrwerke beziehungsweise Fahrwerkabstimmungen zu verbessern. Ab dem Herbst 2017 werden für sämtliche ATV-Modelle von Access-Motor mit 600 und 800 Quick-Centimeter die Fahrwerke neu verbaut. Das Besondere an der Sache wird werden, alles um den gleichen Preis. Das heißt, es wird alles zum aktuellen Verkaufspreis hineingepackt. Als Vorlage beziehungsweise als Maßstab für unsere Abstimmungen haben Fahrzeuge der Marken Canem und Polaris gedient. Uns war es wichtig, dass die gesamten Fahrzeuge auch im richtigen Offroad-Bereich wirklich attraktiv, auch wirklich gut einsetzbar sind. Die Ergebnisse kann man hier sehen. Wir freuen uns jetzt schon darauf, dass wir diese Fahrzeuge dann auch im Herbst auf den Markt bringen können. Ja, das wäre es einmal von mir soweit. Einmal ein erster kleiner Eindruck von den neuen Entwicklungen und gebe zurück an unseren Papa-Schlumpf. In dem Sinn, liebe Grüße.